Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu und rück bei einer neuen Folge, äh, 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 was spiel, Brawlands 2, äh, ähm, schön, dass ihr wieder dabei seid, wir haben, äh, leider ein kleines Problem gehabt, und zwar, äh, wir mussten den ganzen Kram, die wir letztes Mal gemacht haben, nochmal zocken, weil, äh, war halt behindert, machst halt nix. Ähm, wir müssen Sachen verzichten gehen. Genau, ich auch gar nicht. Boah, wie ist es bei mir immer hart leckt in der Stadt, ne? Ja, jedenfalls, äh, wollten wir dann halt aufnehmen, den Teil, haben es, äh, zum Teil vergessen, und zum anderen Teil, äh, hat es auch geleckt wie Sau, schon ohne, dass ich aufgenommen habe, weshalb wir das dann auch ganz gelassen haben, aber wir haben, äh, Roland, äh, premiummäßig befreit, so wie das sein muss. Ja, hätte ich schlechter laufen können. Ja, lief eigentlich ganz gut. Nach hinten, was kann man bei dir noch machen? Ne. Drifte ich mit Roland in Sanctuary, was gibt's hier noch für eine Quest? Gibt's mal überall Quest in dieser Butze, ne? So, erstmal mal beim Schwarzmarkt vorbeigucken. 18 Iridium hab ich. Weiss. Komm, was mitmachen. Ich hab, warum hab ich 22? So nicht mehr dann mal. Ich hab ja ein Schick beim Netz. Ich hab schon mehr Pistol-Money. Oh, ich hab ein Skin freigeschaltet. Oh, geil. So, dann upgrade ich noch einmal. Rifles. Rifeless! Ich glaube, da kann ich noch mal gucken, ob ich noch einen Ballast-Token habe. Ja, vier Stück noch. Das hab ich auch voll lange nicht mehr bekommen. Wo war das nochmal? Äh, Top. Yo, einen hab ich. Erstmal schön Rückstoßdämpfung, ne? Crit noch mehr erhöhen. Errungenschaft freigeschaltet. Token Tanker. Oder Tanker. Wie auch immer das nennt. Token Tanker. Token Tanker, Junge. Wo war Schwarz noch da, ne? Das Liederhaushal, ja genau. So, wollen wir jetzt erst ein bisschen Nebenquests machen, oder weiter mit der Hauptquests? Das darfst du dir heute aussuchen, Adrian. Nein, solche Entscheidungen kann ich nicht treffen. Da steigt man. So, ich hol einfach, was wir noch so haben, ne? Also. Wir haben hier ein Sanctuary. Wir haben hier Claptraps Geheimversteck. Claptrap ist willens, dir Zugang zu seinem geheimversteckten Sanctuary zu gewähren, aber nur, wenn du willens bist, dir diverse Ärsche für ihn aufzureißen. Ja komm, das klingt witzig. Das machen wir. Ich soll ihm diverse Ärsche aufreißen? Nein, wir sollen uns den Arsch für ihn aufreißen. Also, wir müssen also einen Liebesdienst leisten für Claptrap? Ja, wir müssen uns ein paar Arsch aufreißen. Weil er da umsteht. Schön spreizt das so. Ach, der ist ja der gute Bräu. Ich will jetzt, dass es direkt hinter ihm ist. Was? Sammle 139.000 Steine. Ja, ich finde das Versteck. War irgendwie nicht so schwer. Oh scheiße, es sieht so aus, als wäre die Tarmung meines super geheimen Geheimverstecks gerade aufgeflogen, sodass es jetzt enttarnt ist. Na dann, Glückwunsch. Du hast dir meine sonnfertig geplanten Aufgaben erspart. Jetzt kannst du das Versteck durchsuchen. Ach, das ist ein... Ein Ding, da kannst du scheiß ablagern. Glaube ich. Vier Sachen kann ich lagern. Ja, das ist ein Lagerslot. Das ist das, was du erweitern kannst im Schwarzmarkt. Ach. Dann mag ich das direkt mal. Bei Dr. Z gibt's noch eine Quest. Ah, Dr. Z. Wie bitte? Adolf Z? Bei Dr. Z. Du hast gerade Adolf Z gesagt. Ich hab's gehört. Nein, Dr. Z, Mann. Einzige, wir listen auf Three Horns Valley, sie sind mit unerklärlichen Wunden in Dr. Z's King aufgetauscht. Einschlusslecher ohne Kugel, Brandwunden ohne Feuer. Z will, dass du dich nach Three Horns Valley begibst und das Ding, das diese Verletzung verursacht, beschaffst. Was immer es sein mag. Schwierigkeit banal. Im Gegensatz zu mir verursacht er, lieber Wunden, Schatz. Das ist nicht zu flicken. Im Gegensatz zu mir hat er auch eine Approbation. Das ist ein bisschen was da hängen. Der Hänger. Meine Augen bluten dauernd grundlos. Ich werde jetzt mal meine Piste ausprobieren. Meine Augen bluten dauernd grundlos. So, Tennis jetzt hier auch noch. Kräftest du uns? Du hilfst mir und ich bezahle dich. Diese Mission bietet einfach alles. Gewalt und Pizza. Die Mutantenversuchsobjekte sind aus dem Hyperion Reservat entwescht. Es wäre zwar amüsant zu beobachten, wie sie versuchen, sie wieder in die Gesellschaft einzugliedern, aber sie müssen getötet werden. Du musst sie irgendwie herauslocken. Wie gibt dich zu Moksen, von Köder, die ich geordert habe. Wir müssen jetzt Pizza als Köder nehmen. Ist das ihr Ernst? Welchen Wachen wir denn jetzt erstmal? Ich weiß nicht, ich hab gedacht, wir sammeln jetzt erstmal alle Quests ein, die es hier so gibt. Hier hinten ist ja auch noch eine. Ich glaube bei Hammerlock ist die. Ein Trinkgeld geben. Trinkgeld geben. Tausender. Auf geht's jetzt, Moxys. Was macht die das? Dafür hast du sogar einen Tausender hingelegt. Scheint leget. Nein, wenn du das sehen würdest, was ich mir gerade angucke, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Auch wenn es nur animiert ist. Ich muss den Anpassung. Ich muss das Geld zurückgeben. Ich muss das nochmal probieren. Ich muss das Geld zurückgewinnen. Hier kommt eine Rene-Granate raus. Hier kommt gar nichts raus, ey. Das ist nix Spiel. Nein, es gibt, äh, angeblich gibt es ein Easter Egg. Wenn du oft genug ihr Geld gibst, dann, äh, ist es ein Sniper. Ist das was für dich? Ich glaube nicht, ne? Oh, dreimal die sieben. Gunsirc hast du ihn anfassen. Gönn dir. Schon getan. Was war das? Kann der? Nehmen sie mal mit, man kann sie wenigstens verticken. Jo, alles klar. So, dann haben wir jetzt alle Quests hier eingesammelt, die man unterwegs so erledigen kann. Achso, ich würde sagen, wir machen die Pizza-Quest. Äh, Splittergruppe. Machen wir jetzt bei Moxies ne Pizza ab. Pizza Service! Tschüss! Jetzt Bock auf töten. Wir töten jetzt ernsthaft irgendwelche entflohenen Mutanten mit Pizza. Im übertragenen Sinne. Hey, Jocke. Weil Lil ist lit, oder? Ja, ja, der denkt, man, es wird tot. Das hat doch super gepasst. Ja, das stimmt. Das hat nicht gepasst. Ich hab Durst. Ich hab Hunger. Ich hab Durst. Ja, ich hol uns ein Auto. Von dem normalen, oder? Na, ich will nicht so einen haben. Im normalen Light-Genre. Ja, ein G. Oh, da ist der, in dem kann ich meine neue Piste aussuchen. Oh, ich kann mich schießen, wenn ich hinter der Mauer stehe. Das erklärt einiges. Warte mal auf mich. Hier ist der geil. Warte, ich will noch was ausprobieren. Hier, Feuerschutz! Warte, ich will was ausprobieren vorher. Ach, die gibt ja voll wenig kritische Dreckswaffe. Ja, der hat eine geile Waffe getopft. Die grüne. Jetzt guck mir die mal an. Schieß mal weiter. Schieß mal weiter. Schieß mal. Ja, ja. Ach, warte. Wir müssen überhaupt... Es gibt eine Herausforderung, dass man Bullymonks töten muss. Lass mal BulliMonks töten. Dann kriegen wir Badass Tokens. Du darfst auch schießen, ne? Ja, ich hab kein Whatsapp geschrieben, sorry. Ich dachte wir müssen einen Alphars Gung töten oder so. Ja, ja, müssen wir auch. Das ist die Hauptquest. Aber wenn wir einen BulliMonks töten, kriegen wir irgendwann eine Herausforderung, wenn wir genug davon killen. Und dann kriegen wir einen Badass Token. Und mit Badass Token können wir einen geilen Scheißfall schalten. Aber wir sind alle tot. Bobo! Oh, das ist eine neue. Scheiß nie bei Whatsapp oder was? Hm. Da hat gerade ein Skugg angekotzt. Meine Cyrax. Tje he he. Der gute Mathis. Der gute Mathis. Aber nachher spiel ich auch noch mal ne Runde Countess. Ich hab Bock. Oh, so, guck mal was ich mitmache. Weißer noch nicht. Kann ja eh machen. Morgen eh keine Uni. Also, ne. Weißer. Habe ich dir ja geschrieben. Auf zum Versteck jetzt hier. Auf geht's jetzt. Meinst du, wenn ich jetzt noch bestelle, kriege ich noch was zu essen? Warte mal, wie lange die liefern? Sekunde. Ich glaub, die liefern nur bis 23 Uhr. Ah. Lassen wir aussteigen, glaub ich. Hm. Sieht mir ne Sekunde. Ah, ist okay. Ich warte an. Irgendwie offen. Heute geschlossen. Drei Stück haben noch offen. Aber ich weiß nicht viel. Ja, bis 23 Uhr. Das ist asozial, wenn ich jetzt bestelle. Ist ein bisschen knapp, wa? Auch nur bis 23 Uhr. Machst du mal weg. A-A-A aussteigern Brudi! Ja, chill 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 chill. Ja, da ist noch kurz alle getriggert. Ja, da ist noch kurz alle getriggert. Götzschauen tust du so ein paar wenige? Ja, aber wir können euch einfach durchrennen, oder? Wie sind wir denn hin? ans ende da zu einem portal ich mache mir den bett mal weg also initialisiert überlebe ja ich habe den ersten mal die luft also sie schon wieder hierhin ist das erster das scheiß versteckt von denen das nervt aber ich kämpfe gerade immer gegeneinander das kann aber weg es tut mir leid alles kippsmann alles kipps ich mag keine Waffen sind geil aber was machen wir hier jetzt gar nicht abkönnen dieses komisch bei stecken hier finden das zweite Mal das hat uns heute hier durchgegangen oh ich bin schon wieder ins Feuer gegangen die leben auch noch die Wichsen aber sind was das denn hier was ist uns gegenstand out of body ein KI-Kern wieder sehen du hast meinen KI-Kern herausgeschossen ich brauche ein neues Gehäuse es gibt einen kaputten Konstruktor im Bloodshot Damm setze mich in ihn ein und ich werde dich belohnen jetzt kurz meine Waffen angehen hier links müssen wir jetzt irgendwie durch hier unten durch die Kanalisation oh da oben ist ein dicker muss ich kurz ein Stück zurück gehen oben der ist low ich muss meine Waffen nämlich eigentlich mal ändern ich hatte jetzt einen Selbstmob oh läuft easy hab genug Schildkapazität kurz nachladen kurz nachladen kurz nachladen da wie dein Sniper einfach ausrastet ey ist weg links nur einer hat Putze drin badass-Psycho 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 die mich eher so piri fährt ich muss kurz jetzt mal was im Wechsel sooo wir wollen keinen KI-Kern wir wollen diese Scheiß-Speater-Kopie hier machen soll ja irgendwo sein muss man das Reifel hier ausprobieren ob das was kann es hat nämlich theoretisch 66 Schuss in einem Magazin das mag ich so auf geht's jetzt hier es ist alle Mutanten töten die hier sind ok warte schon ich nehme erstmal kurz an weg ok das Reifel ist eigentlich ganz ok ich hatte besseres für dich hat das jemand richtig öffnet als wenn er's cooldown hat alter ja die haben die Jukes gepachtet wa ich bin ich die haben die Jukes gepachtet oder mhm Raum ein bisschen low geschossen jetzt schicker Schild schnack geschlack geschlack geschlackter schnell zurück ein paar kritische Treffer landen wohl Toilette Schilde ja ich nehme so einfach mal mit fürs verdicken dann ne was du aufgenommen hast ist glaube ich gar nicht so schlecht ja ich kann's haben wenn du willst oder ne ich hab schon mal ein gutes du brauchst das ja vielleicht auch shit vergleich noch kurz mit meinem ich mein es gibt den Leuten halt Damage wenn sie mich treffen ja gut so was sonst nix 85 plus 100 Raid Schaden was ist das Raid Schaden da ich kann's gut ich probiere wenn du dir kommt das ich bin 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 ja 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 genau ja 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 ich ja und ich habe auch schon extra Platz in diesem Lager investiert Prozent die Führer Pizzer wir sind darunter schon da müssen wir glaube ich das Kurs an das Ong an Ausrüstung bei uns genannt was er noch Prozent stattdessen dort hätte ich noch 125 Leben Ich dachte, die ist ja gescheit. Ja, easy. Ist ja ja keiner. Ah, hier müssen wir jetzt erstmal die Pizza hinlegen. Wollen wir erst looten oder erst Pizza hinlegen? Okay. Pizza gelegt. Los, auf ihn, Jungs! Ach, die können ja gar nichts, die los. Okay. Ja, ich mach die gerade schon, ja. Easy game. Ah, der hat sich mal gemacht, der Fotzenkopf. Ja, und der Move. Der ist schon wieder weg, Alter, mein Gott. Du hast gesagt, 30 Minuten oder weniger. Du bist ja noch schlimmer als der Hans-Kreis. Oh, ich bin down. Jetzt schuldest du mir was! Mein Dank ist dir gewiss. Ey! Ja, das hab ich auch manchmal. Mach Dan mal ein wenig damage. Dan ist läuft down. Ja. Mich auch. Dann nur noch Ralf hierüber. Ja. Dann ist läuft down. Ja. Sie sehen dir. Ich habe hier einen hübschen Batzen Blutgeld für dich. Und wenn ich Blutgeld sage, meine ich auch Blutgeld. Gute. Items. Muni. Aber eigentlich nur Muni, ne? Ich habe noch einen Skillpunkt. Amalakuyumlan. 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 Amalakuyumán. Amalakuyumlan. Leihals torpedo. Amalakuyum. Jawленияmit. Ah, noch mehr Iridium, 2,4,8 Sooo, kommst du? Ah, da ist ne Dahlkiste Irgendwas gedrückt Brauchst ein Schild Oh, der zieht wieder Max Gesundheit, das fuckt immer ab Ja, ist auch behindert Aber kann man für Cash ticken Das ist wohl richtig Erstmal ne Runde ticken Zwei Rifles Gar nichts mehr mitnehmen, der bin voll Hab ich eingesagt, das ist ein gutes Stück Kann man hier auch was machen? Ganz angemacht So richtig Ich zieh ganz einfach in irgendeinem Hebel Aua Kommt er näher, was ist das hier für ein Wundsohn? Alter, wie viel Was ist das denn, Mann? Vor allem, wo kam der her, Alter? Vielleicht ein paar Mal zu oft meinen komischen Hebel da gezogen Hier geht's raus Nice Geh raus, ist vielleicht zu viel versprochen Lass einfach laufen Wir laufen einfach Okay Lauf, Schlampe Lauf Rechts oben rum Brauchst du da durch? Ich renne einfach mit Pistole am Anschlag Ja, hier geht's runter, ne? Ja, exakt run and gun ja hier haben wir schon aufgeräumt soll also noch kurz aber einmal kurz warten was gucken wir hatten noch diese hier eine quest und ich weiß nicht ob die auch hier unten ist das ist auch beim reiseportal aber das geht zu den ramparts alter scheiße oder im rennen oder das wieder am anderen ende der map auf der schule hinzulaufen wollte gleich erst mal was bei burger king essen gehen oder so ich habe mir das gegessen ja ich hab's irgendwie vergessen so müssen wir noch ein wird mir das ein und das frostbarn canyon das ist erlaubt so da kommen wir zuerst mal aufhören und aufnehmen ja dann viel dank fürs Zuschauen macht's gut bis zum nächsten mal tschüss meine sehr verehrten damen und herren jetzt willkommen zurück bei borderlands 2 aber ich sind hier schon ein bisschen unterwegs ich hab am ballern mal wieder kritz in den hat wohin auch sonst hab ich kassiert alter psycho neben uns hinter uns sind die gerade gespawnt die huren bis hier spasten das ist eine haie auf mich geflogen wird vielleicht auch erwarten bis mein schild sich reloadet als ich bin ich dauernd da bin ich wieder da oh nice fühle mich hier gerade mit zwei deaders no moren wo ist der andere ja der ist schon dauernd jetzt der nächste konstrukte die müssen wir wahrscheinlich auch noch machen korrosion geht gut dran ja korrosion geht richtig gut rein brauche ich mir nicht dran aber er kassiert kritz warte lasst ihn mich erschießen warte ja warte 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 Das hätte sich ja richtig gelohnt, diese Mission, Mann! Ja, gar nicht. Ich glaub, wir kriegen noch irgendwas dafür. Boah, dieses Scheiß Shield-Bots, Alter! Boah, was ein Meisterschuss! Nice! So, warte, ich guck jetzt erst, ob wir noch eine Quest haben. Ähhhhh... Ich finde die Radio müssen wir erst mal machen, ne? Ja, ja, aber ich will nur gucken, ob wir noch irgendwas machen können. Was ist denn das hier? Ja, das ist eine gute Idee. Three-Horns-Valley, auch nicht. Warte mal ein Sieb, Alter. Man muss dazu sagen, Adrian hat sich gerade einen Tee gekocht und seine 1er Teebeutel ist gerissen. Stimmt, wussten die noch gar nicht. Da hatten wir ja gar nicht aufgenommen. Ne, weil wir hatten vorher schon ein bisschen gezockt, aber ich war noch dabei, ein paar Daten hin und her zu ziehen. Und deshalb konnten wir da nicht aufnehmen, weil das nicht ging. Warte, kommt man hier hoch? Das steht hier so schön, als könnte man hier hochlaufen. Ne. Oh, da drüben kommt man aber drauf. Huiiii. Ich glaube, ob das gedacht ist, aber da kommt man auf jeden Fall, glaube ich, rüber. Ähh, wenn ich nicht zu inkompetent wäre. Ja. Ja. Ja.